Ich lebe jetzt Fotografie. Ja, ich bin da bei Fotograf, richtig? Ja. Ich habe mal eine Frage wegen Fotos. Kannst du gute Fotos machen? Ich mache nur gute Fotos. Da habe ich eine Geschäftsidee, wo wir zwei reich werden können, wenn wir wollen. Und zwar hat der Papa Post gekriegt. Der Papa hat Post bekommen. Von Bürgermeister. Der hat Post gekriegt, wie er am Auto sitzt. Aha. Weil er, der ist angeblich, ist er zu schnell gefahren. Ja, ich kann mir den Rest schon denken. Der ist ein bisschen zu schnell gefahren an der Blitzkiste vorbei und schon hat er ein Foto. Richtig, jetzt soll er 45 Euro bezahlen. Ja, da ist mein Preissbild günstiger. Da kriegt er sogar vier Stück auf einmal. Ja, darum geht es ja gar nicht. Nichts? Nee. Das Bild, was die gemacht haben. Ist nicht gut. Nee. Und das ist schwarz-weiß. Ja. Und ich finde das für 45 Euro unverschämt. Wenn er in Langshammer gefallen wäre, hätte er es noch günstiger gekriegt. Und wenn er noch ein bisschen draufgetreten hätte, dann hätte er richtig was bezahlen dürfen. Ja, aber so oder so nicht in Bund. Ja. Also ich finde, wenn er so viel Geld zahlen muss, dann sollten sie wenigstens Bund-Fotos machen. Du hast völlig recht. So, und da habe ich mir jetzt was gebaut. Aha. Und zwar aus Bretter, einem Bretterblitzer. Ein Bretterblitzer. Ja, da kannst du dich reinsetzen. Mhm. Also du dann. Mhm. Dann stellen wir dich an die Straße. Mhm. Und dann machst du Farbfotos. Mensch, das ist ja eine richtig gute Idee. Ja, ich weiß. Und dann mach mal 50-50. Klar doch. Bei so einer guten Idee springt immer was raus für jeden. Ja, dann solltest du einfach mal mich besuchen hier. Äh, dann weiß ich auch, mit wem ich gesprochen habe. Ich heiße Nils Maximilian Bottles. Und ich arbeite beim Radio. Aha. Ich dachte schon, das wäre jetzt die Lösung überhaupt. Hahaha. Hahaha. Vielen Dank.